Die Firmen ABC Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Fahrzeugen, die mit Elektromotoren angetrieben werden, gehört zweifellos die Zukunft. In der Schachner GmbH hat man die Zeichen der Zeit erkannt und konzentriert sich voll und ganz auf diese innovativen Fortbewegungsmittel. Firmeninhaber Franz Schachner war schon in jungen Jahren von Elektrofahrzeugen fasziniert und gilt zu Recht als Pionier auf diesem Gebiet. Heute entwickelt und produziert er mit zuverlässigen Partnern hochwertige Antriebe, Motoren und Gefährte. Die Produktpalette reicht von E-Bikes bis hin zu verschiedenen E-Scootern. Für ihr bestehendes Fahrrad bietet man Nachrüstsätze, die an jedem Modell montiert werden können. Selbstverständlich kennt sich das Team auch bestens mit Wartungen und Reparaturen aus. Ein weiteres Standbein sind Windgeneratoren für Einfamilienhäuser und Betriebe, die sich als sehr leise, wartungsarm und äußerst effizient erweisen. Schachner GmbH in Seitenstetten mit Elektrokraften berggeschafft.